Hi Leute und herzlich willkommen aus Frankfurt. Ich war gerade bei einer Sensorreinigung für meine Canon EOS 5D Mark II bei GM Photo am Hauptbahnhof und dort haben wir Pete und Akbar, das bin ich, die immer hinter der Kamera stehen, dieses geile Stativ gekauft von Manfrotto, das Pixi Evo, das ist das Stativ mit den versteckten kleinen Features, gibt es für knapp 45 Euro, seid gespannt was in diesem Stativ alles drin steckt, bis gleich. In der schlichten Verpackung mit Beispielen auf der Rückseite finden wir auch die maximale Tragkraft von 2,5 Kilogramm. Das Mini Stativ macht einen sehr stabilen Eindruck und lässt sich in wenigen Sekunden voll entfalten. Am seitlichen Einstellregler lässt sich das Stativ entriegeln und knapp auf Bodenhöhe positionieren. Der enthaltene Kugelkopf gibt euch 360 Grad Freiheit und lässt die Kamera bei Bedarf zu einer Seite kippen. Die Kamera lässt sich ganz einfach durch den Drehverschluss an dem Stativ befestigen. Das erspart euch das mühselige Drehen des ganzen Stativs. Nachdem ihr die Kamera sicher auf dem Stativ befestigt habt, kann diese auf Bodenhöhe oder zum Beispiel auf einem Tisch positioniert werden, in alle Richtungen gedreht werden und liefert euch so verwackelungsfreie Aufnahmen. Und dieses Stativ eignet sich natürlich auch hervorragend als Logging-Tool, denn es ist leicht, es passt in jede Hosentasche und die Verarbeitungsqualität ist wirklich super. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssie. Untertitelung des ZDF, 2020